Hey Riyad Mundus und herzlich willkommen zu Ein Veteranen Kehr Zurück. Ja, mal wieder heute eine kurze, schnelle Aufnahmerunde. Ich hoffe, ich schaff's, die Folge heute noch zeitig hochzuladen. Und ja, ihr hört richtig, heute. Heute ist der Tag, an dem diese Folge erscheint. Ja, wer sich jetzt fragt, warum kriegt er kein vernünftiges Aufnahmesheddel hin? Ich hab's versucht. Und langsam glaube ich wirklich an schlechtes Karma. Denn ernsthaft, erst krank, dann Internetausfall. Und jetzt hab ich die letzten zwei Tage damit verbracht, rauszukriegen, warum mein Rechner sich andauernd mit Bluestream verabschiedet. Und im Endeffekt war's der Arbeitsspeicher. Und jeder, der sich schon mal den Spaß gemacht hat, 4, 4 GB Riegel nacheinander einzeln zu testen, hat so in ungefähr einer Ahnung, wie lang sowas dauern kann. Und ja, dementsprechend gibt's heute mal eine Runde Team Deathmatch zum Abreagieren. Und schauen wir mal. Allerdings ist es ausnahmsweise mal frühmorgens. Also könnte es etwas dauern, bis wir was kriegen. Ach, ich sag's euch. Ah, es macht keinen Spaß. Ernsthaft. Yay. Oh, die Karte wieder. Hm. Da bin ich ja mal gespannt. Hm, gelockerte Kampftauglichkeitsregeln. Passen sie das Aussehen und das Geschlecht von Druckmitgliedern an. Oh. Aha. Es gab also ein paar Änderungen. Sieh an, sieh an. Ich bin auch mal gespannt, wie jetzt nach dem letzten Update, was jetzt gekommen ist, sich das Ganze verhält. Herr Okami hat mir ja bereits gesagt, dass er sich freut wie ein Schneekönig, weil jetzt mit seiner Art durch das letzte Update auch er mit seiner ATI-Grafikkarte keine Probleme mehr hat. Die ganzen Micro-Lags, die er bis dato hatte, sind weg. Schauen wir mal, wie sich das Ganze bei uns ausmacht. Und ich hoffe auch mal, es macht sich jetzt nicht großartig bemerkbar, dass ich nur noch die Hälfte des Arbeitsspeichers verbaut habe. Denn, ja, ein Riegel war schrottig und wir kennen es ja asynchron aufgebaut. Also, äh, drei Riegel einbauen ist immer so eine Sache, wenn das Motherboard für die Riegel nicht ausgelegt ist. Und, ja, mein Board mag leider die Riegel, die ich habe asynchron aufgebaut und nicht. Nein! Ah! Dementsprechend, äh, ja. Uah! Dang, äh, Sprengladung. Ah, aber es ist immer mal wieder was anderes, deswegen. Deswegen auch mein Glaube mittlerweile an, äh, schlechtes Karma. Irgendwoher muss es ja kommen, dass nichts funktioniert. Nein! Ah! Mann, oh! Nee, 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 nee. Da läuft der mit ner Pumpe rum. Na also. Nein! Aaaah! Wieder der gleiche. Creep ey. Verzeihung. Wie gesagt, früher am Morgen noch ein wenig kratzig im Hals. Wieso? Nrk. Er schon wieder. Langsam ist das nicht mehr lustig. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das klang noch nach... Das klang noch nach einem Frack. ...und. Wir schützen das Bein. Na also. Die, 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 die... Die, 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 die... Die, 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 die... Die, 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 die... Ich werde hier drüben geschossen. Huuu. Mit der letzten Kugel. Hehe. Na 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 also Na 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 wo sie denn hin Du 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 Na also La 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 Juhu Yey Hallo kleiner Wow Wow Yey Mein Hund hat ihn trotzdem noch geholt Autsch Ah Hallo Stufi Juhu Yey Druckpunkt verdient Schön Schönes Ding Oh 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 Gott Ein Abschluss mit der Sekundärwaffe Na kommt er hier hoch kommt er hier hoch Ach Mist Da drüben saß einer Verdammt, 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 verdammt. Wachhund wurde getötet. Nein! Ihr Schweine! Ihr könnt doch nicht einmal meinen Hund töten. Drecksäcke! Oh, wartet. Huch. Reflex schießen. Du, du, du. Rache ist Blutwurst. Und Blutwurst schmeckt gut. Und? Haha, gewonnen! So will ich das sehen. Sehr schön. Huuu. Nett. Ah. Die Runde lief doch gar nicht mal so schlecht. So, Dele. Ah, wir haben Druckpunkte, wir haben Druckpunkte, wir haben Druckpunkte. Supi, 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 supi. Äh. Oh. Temp. Kuchen. Oh. Oh, zwölf Druckpunkte haben wir. So. Schauen wir mal, wie sich das Ganze jetzt mit dem, ähm. 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 Verzeihung. Mit dem Griff macht. Ob die Nähmaschine noch mehr, noch besser näht. Hi. Hohohoho. Hm. Ja, mit dem Spezialistenpaket. Hm. Habe ich mir schon angeguckt. Aber, da ich sowieso es nie hinkriege, so viele Abschlüsse zu kassieren. Pff. In Folge. In Folge. Naja. La, da, da. La, da, da. La, da, da. Team Deathmatch. Du, 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 du. Komisch. Dafür, dass da ein Griff dran ist, hält er das Ding immer noch am Magazin. Äh. Es ist irritierend. Hm. Hm. Ob ich mal was ausprobiere? Macht euch in die Arbeitssoldaten! Nein! Ah. Geh wir doch nicht. Das ist doch nicht. Ich bin weg. Ich hab dann weg. Dann komm. Lade da. La, die da. La, die da. La, die da. Du 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 Nein! Oh! Verdammt! Ah, da wieder, war ja klar. Wenn du denkst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Sniper her. Nee, 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 nee. Gucken. Na also. Also jetzt macht das Ding mit dem Griff auf jeden Fall noch mehr Spaß. Ah, der ist reingegangen, den krieg ich da nicht. Kann man hier, oh ja, man kann Leiter steigen. Sehr schön. Feinde betreten die Bäckerei! Jetzt muss ich nur wissen, was die Bäckerei ist. Hu! Hu! Verdammt! Die Wände halten auch nichts mehr aus, schade! La da di 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 di! La da di 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 di! Left, right, right, left! Hu! Was zum... Was zum... oh, 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 oh! Oh oh! Nononenonenonenonenonenonen! Puuu! Der war knapp Nein Ah, da, scheiße, ich gesehen Vor allem holst du doch erstmal voll auf blauen Dunst rein Das hast du dir gedacht Reinrutschen und mich legen Nein, verdammt So ein Mist Kommt der Hund noch hinterher Nein, ein Heint Ich möchte nicht nach draußen Das ist ungesund Vor allem, ich habe dummerweise noch mir keinen Raketenwerfer ausgerüstet Dummer Fehler Muss ich unbedingt ändern Ich brauche zumindest einen Mitraketenwerfer Nein Schadadadadadadadada Eeeh Merdi Schön für das feindliche Satcom Oh Gott Merke Schmeiß eine Granate Und geh dann da erst hin Und da ist keiner Und da ist keiner Okay Okay Nein, da ist noch einer Nein, ach verdammt Ich wusste es doch Dass er mich noch kriegt Bevor ich mit Nachladen fertig bin Aaaaaah Nein Warum Wieso Was Hä? Mist Ich muss meine Treffgenauigkeit mal wieder ein bisschen verbessern Nicht immer so viele Fahrkarten schießen Nein Ich schmeiß doch direkt erstmal eine Sprengladung Ja Achtung Zweiter Vers Und wenn du denkst Es geht nicht mehr Kommt von irgendwo ein Rudel her Äh Feindlicher Halt im Anflug Uh Okay Feuer Heute lasst mich doch mal zu atmen kommen hier Junge Schick mich nicht so Na Ich höre einen Hund Das ist definitiv nicht einer von uns Demütigen sie den nächsten Gegner den sie ausschalten Wie gesagt Ich würde immer noch zu gerne wissen wie das mit dem Demütigen funktioniert Oh Gott Hoi Nein Nein Ah Moment da war doch eben noch einer von Uns Hinter Und Mir Also Wie auch immer Mano Schweinerei Schawainerei Neu Lalalala Uh Nein Den hab ich gesehen Mist Verdammt Ah Schade 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 Das hat diesmal nicht sollen sollen Na ja gut Damit haben wir es wieder mal Und damit mache ich jetzt auch gleich schon Schluss mit der Folge Hau die Bearbeite die fertig und schmeiß die gleich in den Upload Wie gesagt ich weiß nicht ob ich es zeitlich schaffe Denn äh Ja ich muss von zuhause hochladen Und äh Na ja Ihr kennt das Spiel Die Leitung zuhause zum Upload ist nicht unbedingt geeignet Dementsprechend Wir sehen uns dann in der nächsten Folge Die ich wahrscheinlich nachdem ich den ganzen Spaß jetzt im Upload habe Direkt noch aufnehmen werde Bis zum nächsten Mal Carpenoctem Tempus Fuget Memento Mori